Moin Moin, da sind wir in einer neuen Folge, wo wir Eddy zum Rad ausschmucken sollen. So, den haben wir schon mal so laufen gekriegt. Wenn wir hier raus sind, musst du uns voll zu uns nicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Sieh oben nach, ob die Luft rein ist. Das tun wir doch mal. Also ich bitte das auch zu entschuldigen, dass in den ersten fünf Folgen der Ton oder meine Stimme etwas leiser war. Ich habe es so gut wie es ging, versucht, das so gut wie es geht noch zu korrigieren. Aber irgendwann hat sich mein Mikrofon leider bei der Aufnahme sehr, sehr leise gestellt. Das sollte jetzt aber besser werden, nach dieser Aufnahme. Was hat man noch vor, wenn man zu lange keine Videos gemacht hat, dann... Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Hier geht's lang. Auf. Bloß keine Dummheit. Los. Umdrehen. Auf die Knie. Du scannst sie. Ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Erbitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden. Siehe es doch mal so, dass ihr könntet sich richtig lohnen. Bleib still. Genug von diesem Scheiß. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Oh, Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Oh mein Gott. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Und dass ihr lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Da bin ich immer gespannt. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein, man verbandelt sich in zwei Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Oh, Scheiße. Tess. Lauf. Lauf. Los. Los, komm. Das kann ja jetzt im Witz erklären. Na, super. Ich liebe es. Auf mein Signal laufen sie. Hier. Lauf. Lauf. Von dem Licht decken. Ah, Versteckspielen. Herrlich. Ali, wir müssen noch mal laufen. Bereit? Klar. War früher schon schlecht, ja? Ja. Ja. Du bist überall. Na, herrlich, herrlich, herrlich. Was hat sie denn? Da. Ich seh sie, ich seh sie. Sie müssen durchgekommen sein. Ich schätze die Gräben. Bleib zurück. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na, los. Nein. Das war ja knapp. Ja. Ich bin gerade no already. Ich bin empire. Aber. Ich bin offen. Schreien. Ich bin immer doll. Ich bin nervös. Ich bin demasiado alt. In der Arbeit. Sieh, Drin! Sieh, Drin! Na, 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 das kann ja noch heiler werden. Da wüsst du, wo ich jetzt hin muss. Gar nicht. Ich kann welche hören. Ja, das ist ja... Ja, das hat ja super funktioniert. Gut, dass ich das auch leicht spiele. Ja... Du bist lustig, ich spiele. Du bist ja lustig. Na ja, wird erst mal gestorben. Ey, immer nur zur letzten Folge gedauert. Tensionell. Ein Ränder noch hoch, meine Fresse. Hätte ich auch nicht so dämlich an. Ich kann welche hören. Du musst dich doch noch laufen. Soll ich das doch noch mal woanders hin, oder? Äh... Wie soll ich mich denn da verstecken? Das ist doch nicht so. Das ist doch nicht so. Aber der Scheiße! Ach, das ist doch nicht so. Ja, ich bin jetzt so. Ich hoffe mal, dass ich es hier richtig bin. Hier können wir durch. Dann kann ich ja heiter werden, oder? Hier durch. Mist, noch eine Patrouille. Los, geh den Deck um. Was ist denn hier draußen? Wollen die da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Zu viele Tests. Oh, Mann. Oh, Mist. Sie sind hier bei uns. Okay. Ach, das ist doch... Ja, komm, dann schießt mich, bitte. Komm. Ja, mach es einfacher. Komm, los. Eigentlich geh jetzt erst mal auf die Fresse, damit du nicht erschießt. Meine Güte, ey. Aber muss man sich das dann so schwer machen? Ja, Kampfgangsvermeiden. Erzähl mir mal wie. Ach, ich liebe sowas. Bin für solche Spiele einfach nicht gemacht. Okay. Ja, wir werden nicht in die Linke auf 2h. Ich habe eine Minute. Ich habe nicht in die Linke auf 5h. 25 Jahre lang. Wenn ich dann. Ich bin in der Mitte. Oh, Mann. Oh, Mann. Sie sind in der Mitte. Das ist doch. Leute, ist das eigentlich euer fucking scheißernst, ey? Das gibt's doch nicht. Ja, fortfahren. Meine Fresse. Ja, ja, die Klappe. Mist. Ah, ich liebe sowas. Ja, 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 ich liebe sowas.